So, was wollen wir jetzt eigentlich spielen? Was für den Euro-Line-Up? Vigi, ich... Bleib'n over. Ja, ich krieg' doch das Geld zurück. Ja. Also, ich krieg' das Geld zurück und kann's mir dann billiger neu kaufen. Das meinte ich nämlich, ja. Ja, easy. Aber ich wollte das halt jetzt noch nicht einschicken, weil dann hätt' ich das über Ostern nicht. Und das Neue halt... Ach, das... Das speichert keine Zeit. Nur, dass ich halt länger ohne Headset bin. Sagara, Nova, Diablo. Dann würde ich... ...dann würde ich mal ne Riga picken. Riga. Räger. Räger. Ich mach das am Dienstag, dann packe ich das ein, dann hab' ich das Geld irgendwann... Eigentlich nicht am Montag dann drauf und dann stell' ich's mir neu. Handy, das interessiert eigentlich niemanden. Wir hören ja nur aus Mitleid zu. Hä? Ist das auch Tyrande? Tyrande. Mit irgendeinem Nerdskin. Ja, Blutelf-Skin. Hä? Ne Blutelf-Tyrande? Ja. Richtig. Verflugtes Tarab. Willkommen auf dem Schlachtfels. Hast du das jetzt eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch, das Spiel? Ich hab das auf Deutsch. Okay. Auf Denglisch? Aber ich werd's irgendwann auch nochmal auf Englisch stellen noch. Das muss eigentlich kommen, weil, ähm, Stitches und Kleiner, das ist schon echt ne klar. Ja, oder Funkelchen und Brightwing. The Juice. Hääääh. Was ist das denn, Max? Was ist denn los denn hier? Pfff. Pfff. Und was machen wir für Lades? Lades? Müssen ja erstmal gucken, wo der Random hingeht, oder? Ja. Obwohl, die muss ich eigentlich an uns halten. Ist ja... Ja, äh, das machen sie nicht immer. So, was ist das gelieb? Größert den Weg, bis weichs tot ist. Machen wir das einfach mal. Nachdem ja das Ward genervt wurde, ist es ja eh nicht mehr so geil. So, wo geh ich jetzt hin? Wurden da gemacht? Es wurde doch gewafft, oder? Nö, es wurde genervt. Früher waren's 3%. Ach, das Healing Ward meint. Ja, ja, das Healing Ward. Also, ich würd sagen, Zagara könnte eigentlich alleine gehen. Gibt ja dieses Ward Ward. Boah, diese Drohne. Du wirst wohl, wenn, dann geh ich hoch. Das haben sie nämlich gebannt. Das habe ich jetzt hier zwei Charges. Da ist mit Diablo, mit Spendie. Hab das gehört? Ja. Das Ding, dieses Ward Ward. Das Ward Ward, diese Spähtdrohne da, dieses Ding. Genau, die hat jetzt zwei Charges. Ja, das ist ja. Mach die, nein. Dann kann man... Würdest du mit der los? Ja, okay. Ich wollte sie da reinpulten. Ich hab bloß den Diablo angetragen. Und sie dann pullen, aber es hat nicht geklappt. Hätte sie angecharged, dann hätte sie ja nur weggeschlossen. Stimmt, ja. Das Geilste ist, wenn du jemanden pull... Wenn du jemanden in unsere Richtung reißt und dann chargst. Dann chargst du den so unten. Ja, okay. Dann haben die eigentlich als Gegner. Kann sich drauf einstellen. Oh, da gab's schon mal easy in First Blood. Achso, ja. Boah, weißt du, was ich auch an der Beta hier manchmal ein bisschen doof finde? Was denn? Dass es manchmal einfach so Legs gibt. Kennt ihr das? Wenn zum Beispiel irgendwas spawnt oder ein Gegner gekillt wird, dann gibt's einfach mal kurz irgendwelche Legs. Ey, diese Random Legs hab ich ja nicht immer, hatte ich gerade eben. Ja, ja. Also ich wollte nur so jetzt damit sagen, dass es jetzt nicht an der Aufnahme liegt oder so. Oh, unser Tyranno. Junge, die wird langsam ein bisschen frech. Kannst du die... Alter. Bin ich auch nicht mehr hingekommen. Aber die spielen richtig schlecht hier oben. Spielen überall schlecht, glaube ich. Silber-Niveau. CSGO-Silber-Niveau. So. Ja. Ist echtes CSGO-Silber-Niveau. Auf geht. Sprech mal ein bisschen rein. Oh, was willst du machen, Diablo? Kollege. Ja, sag ich eigentlich so. Ich darf nicht, wie sein Grip immer vorher losgeht als meiner. Ich bin so schnell im Klicken. Am Anfang ist mein Heal ja eh nicht so krass. So, dann skim wir mal die Lebensermane anhalten. Geh mal. Alter, sag ich euch das. Mir schuld. Ich hab aber gerade kein Heal-Groß. Ja, ich geh schon. Fast. Okay. Alles cool. Aber mein Mana ist gerade auch ein bisschen... Nicht mehr so richtig verhanden. Pass auf. Habst du da die Regen-Gropper an? Ähm... Ich verschwinde gleich, aber ja. Ah. Ich hab jetzt ein Centicum noch geentfauten. Ähm... Tribute müsste auch bald spawnen, oder? Ja. Wer von euch hat eigentlich nur einen auf 10? Jetzt. Jetzt kommt's. Ich. Hier oben. Komm mal ran. Wer in den Rann kommt. Die Tyranne bleibt unten dran. Hä, ich hab'n Leck! Ich hab'n Spaß. Gar nichts. Diablo, der fällt, der fällt, der fällt. Boah, die kommen jetzt so rein, die Bärslinge. Die Bärslinge? Ja, das sind Bärslinge. Sogenannte Bärslinge. Ich hab' den Hero bis jetzt noch gar nicht richtig gespielt. Nur mit Abith war, wo ich den, Abith, also wo ich den geklont hatte. Ah, da kommt's. Oh, da ist ein Tyranne. Guck mal, die können die riesig machen. Kein Wanner mehr. Nice. Und den könnt ihr auch noch machen. Aber auch, wie gesagt, kein Mana mehr. Alter, ich werd' von der Ring ins Sand. Ich brauch' keinen mehr. Na, egal. Oh, äh, doch, 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 das Potenzial. Alter, habt ihr noch? Äh! Hat nix mehr. Warte. Hat ärgert. Wir haben's eh, gell? Ja, ich hab' auch kein Mana mehr. Ich werd' nicht grad zurückziehen. Hau' ich mal die EP. Unten. Ja, genau. Oben. Oben und, also Mitte und, äh, unten. Boah, die Tür hat sich jetzt, äh, weggespendet. Hier oben noch. Ich geh' nach unten dann. Ja, ich bleib' top jetzt, gerade dann. Alter, hier oben sind drei Leute. So. Ein Teil. Oh, was gibt's jetzt wieder? Das scheint mir doch nicht zu sein. Glaubst, wir können die holen? Wenn ihr euch mal ne Gunst erhofft, solltet ihr euch behalte? Ah, schwer. Ja, aber das Problem ist, du haust zuerst in die Richtung, ne? Ja, Tribute, leute, gell? Ach, Tribute, ihr müsst'n hoher. Unterwegs. Benommen. Boah, jetzt. Aber Rega und, äh, Tyrande, äh, ich mein, Sylvanas sind in der Mitte. Tyrande kommt hinter mir. Alter, ich hab'n Megaleck. Sylvanas kommt hinter mir. Oh Junge, du bist aber, oh, Tyrande hat dich wohl. Was? Wie bin ich denn da noch gestorben? Mach mal das Healing-Board-Track, das, äh, ist nicht gut, wenn das durchtickt hat. Boah, die Jaina. Auch wenn's genervt wurde. Jaina. Mach den nicht Diablo. Boah. Mach den Diablo. Nice. Tyrande. Hier hab' ich noch einen Slow. Jaina, Jaina, Jaina. Jaina und Tyrande. Wir haben die Tyrande jetzt erstmal und jetzt machen wir easy da rum. Ach, scheiße. Nee. Das war nix. Ich hab' den Rega angeschossen. War noch super voll. Ja, ich hol' easy das Tribute. Ja, 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 ja. Nice, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Easy. Ungemüht. Saftig. Saftig. Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. Ah, okay. Ich geb'raut, ich geb'raut. Ich mach' mit. Ach, top. Fällt grad' mal so auf, der Markus, der ist bestimmt super erfreut, dass wir jetzt hier, ähm, Hots spielen, ne? Ja, bestimmt. Dass das sogar noch auf dem Spielennetzwerk präsentiert wird. Euer Manager. Ja. Wer ich auch erfreut. Unser QM erfreut. Aha. Dabu. 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 Warte, die müssen sich essen. Ich wollte, dass die sich erst das Sondern die versteckt. Hallo zu Rande. Bye-bye. Hä, bist du mein Kind? Guck mal, Sylvanas und Diablo kommen jetzt auch rein. Du hast den letzten Schlag drauf gemacht, oder? Weiß nicht, ich glaub schon. Nicht nur die. Gott. Jetzt noch der Sylvanas. Boah, wir waren wieder gehypt worden von dir. Jogo, die haben wir auch noch, die haben wir auch noch, oder? Ne, haben wir nicht mehr. Schlau die. Ne. Oh, doah. Da kommt die Jano. Oh, ne. Ah, die Ulti ist. Ne, das war die Tyrande. Unmöglich. Excellent work, Minion. Egal, ich bin nicht weg, ich hab noch ein Healing Fountain. Ich hab ne Ulti. Habt ihr ein Healing Fountain, wenn ihr? Oh Gott. Ja, warte. Ich hab Ulti. Nice. Wir haben Ulti. Ja, ich hab auch Ulti. Ich hab auch Ulti. Macht der da? Warte. Wir haben ein paar Bärslinge hinterher. Ja, gut. Machen wir. Kaum was. Karte. Achte drauf, was hier gemacht hat. Die Bärslinge, die haben Extrem. Increased. Du kannst nichts reden. Achte drauf. Achte drauf. Achte drauf. Willst du die jetzt gleich inpullen? Warte, die kommen jetzt schon. Bam. Okay. Na ja. Aber ich muss doch jetzt nicht so... Ich soll die komplette Ulti. Junge, da habt ihr aber auch ein bisschen Ultiwaste hier so betrieben, oder? Kann ich auch schön auf den Tower machen. Ich hab noch Mana mehr. Ich hab dich. Easy, ich hab dich. Keiner will hier können. Jetzt. Ah, ich komm schon. Schau da hoch. Ja, das ist jetzt ein fester Team. Nein, die müssen das nicht. Oh, oh, oh. Ich hab dich denn. Aber jetzt sollten wir trotzdem... Raus, raus, raus. ...verpeilen. Schön weg. Raus da. Habt ihr die Ulti gesehen? Ach, der Idiorande da. Keine Chance, dass er noch jemand zurückkommt. Habt ihr die Ulti gesehen von mir? Nein. Ne. So, Box, aber die hab ich nicht gesehen. Die habt ihr wirklich nicht gesehen. Welche war anders? War das ne gute? War das ne gute Ulti? Oder eher so ne spendable? Was kann der ne Ulti? Hä, die kann doch jemand einpacken. Die kann da den... Das ist ein Nydoswurm, der im Grunde die Typen da runterpackt. Ja, wir sind nicht so die Starcraft-Nerds. Ja, aber hä? Nicht weggehen. Was kann die andere Ulti? Brauchst du Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Die andere? Ich weiß nicht. Muss noch freischalten. Die andere ist, dass du... Oh, was war das nochmal? Ich weiß nicht, ob der Wurm eine Ulti von dem ist. Ich glaub, du konntest so nen Durchgang machen. Bin mir aber nicht sicher. Irgend so nen Durchgang oder so. Ich glaub ich ja. Glaubst du, wir kriegen einen Top geholt? Die Jaina... Nydos-Netzwerk. Jaina hat keinerlei Escape. Wir müssen den... Ach, mal Bot drauf. Ist hier gleich passiert. Eher auf die Jaina. Die hat keines... Oder wir machen einfach... Wir machen einfach beide. Ja. Oh, scheiße. Wir machen einfach easy beide. Das ist auch richtig. Ja. Zack. Da musste ich aber mal Ulti hin. Das war besser. Weil nachher wär ich draufgegangen. Nichts, dass es so was drauf gab. Machen wir mal, dass das Ding dann hier ist. Und... Und... Und da unten los. Und noch raden. Big guy. Das einzige was diese Walls eigentlich immer bringt, wenn man sie stehen lässt, dass die Gegner eigentlich nur Sicht ein bisschen haben noch auf der Lane. Ja. Ist egal. Gibt das nicht EP ein bisschen? Nö. Ich glaub nicht. Ich glaub nur, dass... Nur die Sicht die es bringt. Ein bisschen Sicht hast du dann. Bleib top für die EP. Ah, okay. Da kommt die... Boah, ist das Joden. Klasse. Warte. Geh zurück. Boah, Junge. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Boah, ist das Joden. Klasse. Danny. Danny. Ah, okay. Du überlegst das ja easy. Boah, war das Joden. Klasse. Ja, dann lass unten pushen. Den Tower wenigstens. War das Joden. Wir waren 2 gegen 3. Das ist mal ne gute Tyrann, ne? Ey, wir waren 2 gegen 3. War einer weniger. Und haben halt, äh... Und jetzt können wir uns das easy tributet holen. Dreck. Wir haben die alle low gehauen. Dann kam der Fischer und konnte hier schön aufräumen. Der Fischer, was macht der Fischer denn für den Damage? Ich dachte auch, der Damage ist nicht so... Nö. Okay. Ja. Du bist halt eher so die Assassin, die halt ab und zu mal so zuschlägt. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin die, den Scheidenschlag. Du bist ein Reger, ne? Naja. Den. Und Diablo. Und... Ja. Warners. Ein da rein, da mit euch. Ja. Das werden die gegessen, alter. Ich hab top den Tower gepuscht. Ich mach wieder ultra slow, alter mit dem Toten. Mega geil. Wir haben da unten das Mercenary gemacht, da sind die... also mindestens einer. Ja. Ja, lass den Boss echt mal machen. Prost. Ich komme, ich komme. Ja, der ist auch gut defensiv. Das heißt, so schnell werden die eh nicht kommen. Wir haben ja ne Tyrande, die dann immer so einen Vogel losschicken kann. Ich kann das mal machen. Ich hab noch gar nicht gesehen, seid ihr? Die Sagara gefällt mir eigentlich. Und die schön wär's irgendwie wieder schön nach vorne. Eigentlich, also wir heißen die Bane. Das bin ich halt komisch. Wir heißen sie dann auf englisch wahrscheinlich. Heißen die? Nein, 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 die heißen wirklich... Tribute. Ja stimmt. Tribute. Erstens Tribute und dann können wir deren Boss machen. Boah, das ist natürlich dann richtig krank. Bleib gerne mal als Scout gerade. Da kommt Diablo. Wo? Simon. Oh, wird der eingekesselt? Das war auch so ne Panik-Ulti von dem. Aber so ne richtig schlechte Panik-Ulti. Was tun wir mit dem Boss? Ja, okay, Jaina. Ja, okay. Ah, die jetzt springt das Geld. Nützt ja aber nichts. Nützt ja echt. Bye-bye. Dann machen wir das Camp halt. Ja. Dann kommen wir mit dem Boss. Ich kann jetzt 8 Bärs gegen spawnen, ne? Cool, Max. Danke. Mach doch nur Spaß, Max. Ja, ja. Denkst du, ne? Denkst du. Ich hätte dich jetzt fast wieder so genannt, wie du nicht gerne genannt wirst. Da auch schon auf der Zunge liegen. Ja, das sollst du nicht on-screen machen. Der Diablo, ne? Ist nicht von dieser Welt. Guck mal hier wieder, ne? Machst du am meisten? Ja. Guck mal meinen Siege-Damage an. Bei XP war alles. Zagara ist ja auch der Motherfucking-Husher. Specialist. Können sie so wahren, dass sie da in der Mitte holen. Ich hol mir den. Wir haben auch nur eine Assassin und das. Ja. Ich. Ja, aber Zagara macht gut Damage. Und anscheinend Diablo auch. Hast du gesehen, ich bin hier durchgerabaged? Dann die rollen wir da auf. Die haben voll Angst vor dir, Mann. Die sind zu zweit, aber rennen weg, weil sie den Big Diablo sehen. Da würde ich mich jetzt da reinziehen. Meinst du? Ich gebürt da unten. Oh Gott, die holt die von dir. Das macht keinen Sinn. Wir holen uns jetzt einfach. Oder ich hol das easy. Ihr könnt da trotzdem noch pushen oder so. Ich mach das easy alleine. Ach, Alter. Ich kann mir da Angst riechen. Hätt die Tyrande. Ach ne, ist ja gar nicht. Tom, was machst du denn da? Ich wollte die Tyrande wenigstens noch. So, ich hätt' mich auch geistern. Letz ist so low. Ja, jetzt. Da ist ich jetzt low. Jetzt hat sie sich halt den Well geholt. Ich war doch am Becken. Nein, das können wir easy pushen. Haben die da oben eigentlich noch den Boss? Ah ja, nein, ist der pushen. Die Mitte rein. Ja, okay. Die haben da grad nen Scoutvogel reingeschickt. Diablo geht hoch. Diablo geht hoch. Okay. Ja, und was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt tun, liebe Tyrande? Komm, ich hab gedatet. Ja, bloß zieht dann der mit. Boah. David, pass auf. Boah. Gut getötet. Ich hab ganz gut gedatet, würde ich sagen. Okay, wenn du nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich mach' ich mach' das. Ja, low. Der ist so bad, man. Der ist kompletter Käse. Kompletter Trash. Achtet auf. Guck mal, das wird ein 10 Minuten Game oder so. Äh, 15 Minuten sind wir ja schon. Nevermind. Ja. Der hat 3 Level vor. Das ist schon mal mal. Riesig. Aber dieser Reiger ist auch nicht von dieser Welt. Das ist gleich ein Tier, David. Ja, ja. Der Volt kommt wie die Kamellerie. Hahaha. Fynn bitte. eine internet connection ist grad ziemlich mies jetzt geht's aber knapp ich habe noch eine ulti ich habe mein mann abneigt sich ein bisschen achte drauf achte drauf na schade die kriegen wir nicht mehr wollen wir noch mal raus gehen oder ich habe eine ulti noch ja weiß nicht wer gerade ja könnte knapp werden ach so ist eh nur eine elo ich denke immer dass das ein extra wäre man warum haben wir das dann auch verändert der max hat eingepackt ja eingepackt ich habe erstmal schön ein geschenk verpackt hier das war ein schönes geschenk oder da kam die ulti auch nicht mehr durch vom seger muss doch gar nicht da war der daddy einfach die ulti oh gott da krieg ich mich raus da krieg ich mich direkt wieder da das ist aber jetzt mal ein richtiges schnelles spiel oh die jana ist ein bisschen frech unterwegs jetzt komm ich einfach wieder mit voll ap hast du das geschafft oh gott nein danke ich hab wieder ulti ich hab wieder ulti ich hab wieder ulti ja was war das hat's geportet aber die ist alles kommt noch ein paar berstlinge hoch das geht dann nicht toll wir haben die aber auch komplett auseinandergenommen ich hab die berstlinge zurückgeschmissen ja alter easy was easy 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 war echt nicht so schwierig aber die sylvanas hat mich noch überholt Aber ne Sylvanas darf das auch. Kann sich doch sehen lassen. Ja. Guck mal wie wenig der Rega gehealt hat. Ich hab Doppel zu viel. Mehr als Doppel zu viel. Ziemlich, achso ich bin wieder Level 1 mit denen, obwohl er Level 7 ist. Und ich krieg auch wieder 1000 Gold geschenkt. Die easy Beta Bugs to dream. Ja schade, dass mit dem Gold kein Bug ist. Schon gerne.